So, hier sind wir jetzt auch wieder bei Strider. Okay, full life haben wir. Jetzt gehen wir mal hier kurz weiter. Oh, da ist er ja schon. Der, der beauftragt wurde, uns zu erledigen. Also surrendern werde ich ganz bestimmt nicht. Oh. Was? Was ist denn das, Alter? Wow. Wow. Macht auf jeden Fall Damage. Das auch. Ähm. Das muss man hier, glaube ich, so machen. Genau. Okay, und jetzt muss man hier, glaube ich, drüber springen. Genau. Was macht denn der jetzt? Ja. Das ist dieses Feld. Da darf man nicht in die Wand reinspringen. Und auch nicht auf dem Boden landen. Das kriegt man Damage. lol. Ja. Ja, das ist der Kack. Hier kann man zwar weiter fighten, aber, ähm, der wird jetzt gleich am Ende alle, alle Felder ausfüllen und dann hast du keine Chance. Und wenn wir das jetzt riskieren würden, hier noch rumzuspringen, dann würden wir uns noch ohne sich, glaube ich, schaden zu fügen. Jetzt kommt's genau. Und hier hat man halt überhaupt keine Chance mehr, irgendwas zu machen. Ja. Das hasse ich, ja. Nein. Ja. Nein. Da hab ich jetzt mit einer anderen Attacke gerechnet. Oh Gott. Das Damage rein, das, das macht zu viel Damage. Oh Gott, Alter. Boah, fuck. Das wird jetzt aber eng. Das werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr schaffen. Der Kacke, der jetzt hier plant. Komm, das können wir doch jetzt so knapp scheitern lassen. Was machen wir denn jetzt? Oh Gott, fuck. Nein. Ja. Lol. Zeitlupe? Warum Zeitlupe? Ah. Ah. Naja, gut. War ein bisschen gay, das Problem ist, dieses Respawn. Ah. Ich hoffe mal, gut. Wenn wir da jetzt hier weiterkommen, dann wäre das eh egal. Aber das kann ja nicht sein. Man fliegt da runter und dann respawnt man. Also, es kann schon sein, aber... Naja. Jetzt haben wir aber schon mal... Oh, wieder mit dem falschen Ding gerechnet, klar. Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt macht er das. Ja, ohne... Aufpassen. Jetzt macht er das. Ja, der frisst ein bisschen was, aber der frisst nicht wirklich viel. Vor allen Dingen, wenn er dann seine... Das... Wenn er genau das rausholt. Dann... Das haut so einen Damage rein. Das damagt auch. Ja. Raus da. Auch hier raus. Ach Gott, noch... Also, ich lege mal vor dem, aber... Nochmal ein bisschen was von seinen scheiß Feldern und diese Kugeln, die da immer aufbaut. Wir sind komplett erledigt. Oh nein. Ja, klar. Okay. Da hätten wir jetzt mehr Damage reinhauen können. Okay. Jetzt haben wir den zum Glück gekriegt. Puh. Alter, das war jetzt aber... Lol. um Wut... Okay... Ah... Ah! Komm... Mehr... Einer geht noch... War auch doch nicht... Boah... Nein... So... Woah... Ach du Kacke... Na, ich glaub da unten wird eh nix Neues mehr sein... Jetzt haben die hier wieder respawned... Äh... Das war jetzt grad aber ein sehr tiefer Fall... Wie wir jetzt da durchkommen wollen... Oder sollen... Warte... Warte... Ist das da nicht noch gewesen? Ne... Na! Ja... We... das meinte ich damit jetzt nicht sind wir noch mal hier jetzt muss man aber alles noch mal machen obwohl wie jetzt ja leute das spiel ist überhaupt nicht verpackt natürlich ein spiel ist lang kurz weil es ist ja schon ein ganz ja fast einen guten ganzen monat es ist ja schon draußen da sollte es doch schon eigentlich funktionieren und hier geht es auch nicht weiter oh gott leute hier geht es doch noch ein frage ist wie man da reinrutschen soll na also da waren wir auch noch nicht aber hier waren wir schon da drüben müssen wir jetzt da hinten raus versuchen kackdreck einfach nur kackdreck das ist ja auch wieder respawn wie wird da ach das war ja auch verpackt da ja äh hier kommt man glaube ich auch nicht mehr rüber nee das heißt hier hier das ist uns auch schon zurück spring doch wenn ich dich sag du sollst springen ich glaube jetzt hier gerade wir müssen es jetzt versuchen hier drin